Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der siebten Zürich der Aktion Pro Ski vom Lechtensteinischen Skiverband. Wir dürfen heute hier zu Gast sein in der Sportredaktion vom Volksblatt. Manuel assistiert mir heute als Glücksfee und im Hintergrund, ich weiss nicht, vielleicht sehen wir das, läuft gerade schon der Countdown zu der Ski-WM, weil heute findet das erste Rennen der Ski-WM in Åre in Schweden statt, und zwar der Damen-Super-Ski. Tina hat Startnummer 9, wir hoffen natürlich auf eine Medaille und drücken den Tina ganz, ganz, ganz fest Daumen. Aber zuerst züchern wir noch zwei tolle Preise, und zwar ist das zum einen ein Barpreis von 5'000 Franken, und zum anderen der Hauptpreis der Audi A4. Wir mischen jetzt gut durch, du darfst gerade schon mal deine Augen verdecken, und dann würden wir uns eine Zürich vom ersten Preis machen, das ist der Barpreis von 5'000 Franken. Das Los ist gültig, es heisst es ist zahlt. Das Los mit der Nummer 855 hat den Barpreis von 5'000 Franken gewonnen. Herzliche Gratulation dem Gewinner. Wir tun das Los jetzt wieder in den Topf rein, weil jedes Los nimmt an allen Züricheteilen, auch wenn es schon mal was gewonnen hat. Wir mischen noch mal gut durch und machen uns dann eine Zürich vom Audi A4. Und auch da, das Los ist gültig, das Los mit der Nummer 1. hat der Audi A4 gewonnen. Auch dem Gewinner ganz ganz herzliche Gratulation. Wie immer würden wir die beiden Gewinner schriftlich benachrichtigen. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören, danke dir fürs Assistieren als Glücksfee. Und wir drücken jetzt alle den Tina ganz fest Daumen. Ciao miteinander. Und wir drücken jetzt den bubblegum mitkryren. passat. Untertitelung des ZDF, 2020